Herzlich willkommen zur Kartoffelernte auf Gutschernau. Nach einer spannenden Vegetationszeit kommt nun die Ernte unserer Kartoffeln. Hierbei gilt unsere ganze Aufmerksamkeit der Kartoffelqualität. Um Beschädigungen an den Kartoffeln zu vermeiden, fahren wir den Roder mit sehr geringen Drehzahlen und Bandgeschwindigkeiten. Das kostet uns zwar Leistung, aber die Kartoffelqualität ist uns wichtiger. Zur besseren Überwachung der Maschine sind an kritischen Stellen Videokameras installiert, die dem Fahrer eine gute Überwachung der Maschine ermöglichen. Wenn ein Bunker mit sechs Tonnen voll ist, werden die Kartoffeln auf unsere Anhänger übergeladen. Die Böden der Anhänger haben wir gepolstert und die Klappen mit einer Druckentlastung Marke Eigenbau ausgerüstet. Auf dem Hof werden die erntefrischen Kartoffeln dann zum ersten Mal anverlesen. Ein automatischer Kistenfüller legt die Kartoffeln dann vorsichtig in unsere Kartoffelkisten. An einem guten Tag schaffen wir so mit sechs Leuten ca. 130 Kisten Kartoffeln. Zum Ablüften der Kartoffeln lassen wir sie noch einen Tag unter unserem Vordach stehen und den Wind drüber hinwehen. Im Dauerlager werden unsere Kartoffeln nur durch Lüftung und Kühlung frisch gehalten. Wir verzichten hier auf alle Mittel der Keimhemmung. Die Kartoffelvermarktung erfolgt das ganze Jahr über ab Hof oder im regionalen Einzelhandel. Wenn Sie Interesse haben, das alles einmal live zu sehen, möchte ich Sie herzlich einladen, uns zu besuchen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Produktion. BAIA. Science for a better life.